Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Du bist das Brot, das den Hunger stillt, du bist der Wein, der die Krüge füllt, du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben warm. Und nun sind wir eingeladen in die Gemeinschaft untereinander und mit unserem lebendigen Herzen. Amen.